Und da dunkel. So? Machen wir so, ja. Oh ne Warum bin ich Passi? Stimmt! Hä, und wieso ist deiner KI? Hä? Was ist das? Raff, das ist ein Riesenpro, das ist 1,89, ne? Das ist eigentlich nur dazu da, um in der Mitte zu bleiben Ja, den solltest du am besten nicht weggrätschen, Raff Und auch nicht laufen bitte, also nicht viel nach außen laufen, sonst hast du gleich keine Ausdauer mehr Er hat noch nichts geskillt auf Ausdauer, weil ich ja eh KI zocke, deswegen Alter Das ist ein geiler Bug Das ist meinst Raff bleibt vorne Oh nein, ich wollte Raffs Pro spielen Upside Ah, scheiße, sorry Ich hab' noch mal im Stream gesehen, der läuft ein bisschen hinterher Jetzt hätte ich es sehen können Müssen Was macht der denn da? Oh, was war das? Ich hatte nicht die RT gedrückt, trotzdem legt er sich nicht so weit vor Guck mal, Passi, ist gar nicht so schwierig mit deinem Pro die Kopfbälle aufs Tor zu kriegen, ne? Raff kriegt das hin Gut, der war auch nicht so alt, okay, war auch gar nicht Raff, der Ding Der lässt berührt hat Ich brühe dir mal scharf auf dich zu schlagen dann, ne? Raffi Oh Raffi Boy Ich muss die nur wegdrängeln, die boys Du kannst ja mit dem richtig geil tricksen, hab ich gehört, mit dem Pro von Raff Meinst du? Sollen wir mal austesten? Der hat, der hat, äh, Tripling richtig geskillt Glaubst du? Ich guck gleich mal, ey Naja, das weiß ich, das seh ich ja, jedes Match Da ist er doch Ja, passen kann er Ja, der Daniel trinkt noch aus, ne? Der hat einen richtig geilen Schuss, ey Der Daniel trinkt noch aus, ey, das ist geil Raff hab ich schon das ein oder andere Tor mit dem geschossen Hm? Raff, nicht nach außen gehen, der hat nicht so viel Ausdauer Der ist gar nicht auf Ausdauer Nee Raff, du kannst, du kannst reich auch außen, das ist super, kannst du toll machen Ausdauer Oh Raff, Nuss, jawoll Shit Herr Raff, der macht dann Pro-Gremi-Sommer-Tore Ja, vielleicht ist es ja mal eine Überlegung, dass du einen wirklichen Mittelstürmer machst. Noch hat der nichts geleistet, also ähm, äh, es war nur, es war nur eine... Schön. Ja, richtig. Schön gemacht. Also Raph, ich will nicht sagen, aber vielleicht würdest du einen größeren Mittelstürmer machen, das ist doch nicht so schnell. Da hast du vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, dann. No way. Skandos hat eben gesagt, wir sollen Raph nicht mobben, also hör auf damit. Okay. Was Gano sagt, ist Gesetz. Safe call. Sie ist nicht umsonst, Prinzessin. Ah, guck mal. Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich wollte es euch nicht sagen, aber ich habe auch ein bisschen drin, es gilt, also... Ich glaube, er Raph hat, äh, hat die Fähigkeiten da rausge... Ich habe sie mitgebracht. Kitzelt. Und schießt hin. Oh. Wow, weißt du, da hätte es auch passen können dann am Ende. Ne, 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 ich brauche schon mit zum Pfeifen. Das ist mir nur kein Tor. Du hast doch leider schon gemacht. Ach, okay, man muss sich leisten. Ja, okay, gut, dann... Dann bleib ich jetzt... Ich... Ich hole mir eine rote Karte. Oh, oder pro Spiel, das geht auch. Ja, rot, ey, wie der hinterher geht, ey. Da musst du pfeifen, schieben, da musst du pfeifen. Muscht, muscht, pfeifen, muscht du das. Hier, Raffelnuss, schöner Pass. Ach, schöner Ball. Der selbst beneist der Passi, ne? Selbst beneist der Passi, ne? Ich dachte ja, dass da bei Raffelnuss-Spielen ist das Raffelnuss-Schöner Pass. Aber das ist gar nicht Raffelnuss, ne? Okay. Das ist dann ja gar nicht Raffelnuss-Grafelnuss. Das ist ja dann eigentlich super lang. Silberlachs. Ja. Raffelnuss-Grass, äh, Raffelnuss-Grasselnuss ist da jemand, ist da jemand anders. Aber wie krass, also der, der ZOM, wie Raff, wie gut der geworden ist als ZOM, hätte ich nie gedacht. Ja, ist der Zweier-Po. Ach, guck mal, Raff macht die Kopfschwelle auch rein. Boah, wenn ich so eine Flaggen kriegen würde, ne, würde ich die auch machen, ey. Boah, ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Das lasse ich mir jetzt, ne, 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 das lasse ich mir jetzt nicht vorwerfen. Also was du an Kopfbänden versemmelt hast, wo du frei vom Tor standest und den daneben geköpft hast, ne, ne, ne. Also wenn es so wäre, würde ich es einsehen, aber es ist einfach nicht so. Aber die Flanke war genial, aus dem Halbfeld, also komm. Ja, ich, ich kann einfach mal, äh, von FIFA 20 blind irgendeine Folge anklicken, natürlich, wenn du dabei bist. Und wetten, da ist bestimmt ein Kopfball bei, den du total jämmerlich machen willst. Also, ne, ne. Ja, mach mal lieber eine sinnvolle Sache hier. Ja, mach ich. Ah. Erinnere mich morgen dran, dann mach ich das. Ja, morgen, morgen, ja, morgen. Ich glaub, wir haben über 100 Folgen Club gemacht. Sag einfach irgendeine Zahl zwischen 0 und 100. Also 1 und 100. Ich wollte gerade sagen 0. Es ist natürlich wichtig, also es geht natürlich nur, wenn du dabei bist. Aber meistens warst du ja dabei. Ja. Hast recht. Dann gibt es da safe call, irgendeine Szene, wo du einen Kopfball versemmelst. Einen guten Kopfball. Ich möchte gern die Staff, äh, die Folge 43. 43, alles klar. Wenn da jetzt, wenn da kein versammelter Kopfball dabei ist, ne. Gibt er für mich? Geil wäre, wenn das gleich die erste Szene wäre. Das ist die Folge, wo man einen Kopfball von Passiv feiern hat, dass es in 43 Folgen. Vielleicht, in der Folge ist wahrscheinlich noch einer rein, ja. Das ist genau wie unsere Headshot-Wette, die war legendär. In der letzten Szene heißt die Folge auf jeden Fall schon mal. Das ist nicht gut. In der letzten Szene hat der hauseigen Kopfball nicht gemacht. Das könnte so enden, ja. Ja. Guck ich gleich. Ach, guck. Die Flanke war super und du haust den in den Fügel rein. Guck ich mal scheiße. Wie, die war schließlich angekommen. Außerdem habe ich den bei nicht getroffen, der hat den Feuer bekommen. Guck ich mal, ich bin der erste bei uns gewesen, dem das passiert ist. Guck. Ich werde tricksen, also das bist du selbst schuld. Weißt du, wir könnten uns jetzt mal den ganzen Frust von der Seele ballern, ne? Und dann so eine Egoisten hier, ey. Du hast mich provoziert. Außer mein Trick hat funktioniert, ja. Also was willst du eigentlich? Das war für mich schon, äh, äh, Frustbewältigung, as fuck. Ganz ehrlich. Ja, wow. Guck, da. Kopfball. Von dir. Weißt du, Fassi, wir könnten uns den ganzen Frust von der Seele ballern, ne? Da brauche ich ja nicht mal irgendein Video anzugucken. Da brauche ich einfach nur die Seele zu analysieren. Nein, du bist doch nicht mal aufs Tor gekommen. Du bist doch frei zum Kopfball gekommen, also bitte. Auch wenn es weit war. Aber auch ich kriege, wenn ich frei von 16 Metern zum Kopfball komme, kriege ich aber aufs Tor. Ja, dann köpfe ich jetzt. Ganz wichtig, ich muss dupfen. Wie geil das Raffpass ist, das ist so geil, ey. Ha, ha, ha. Oh, was? Oh, was? Sah verrückt aus. Ich hab auf jeden Fall schon folgenden Titel für die, für dieses Game. Raff als Passi. Wie sowas. Raff, der neue Passi. In die Richtung geht's auf jeden Fall. Rassi. Der Rassi. Der steht auf Rassen. Was? Warum geht der zu dir? Ich hätte auf jeden Fall was drauf. Keine Plan. Schade. Oh, ich bin ja so lasch, ey. Ja. Ja, war ein bisschen bitter. Dass ich keinen Schritt mehr laufen konnte, weil der, war der ein bisschen... Laschkorm aber. Ecke rausgeholt. Ah, da, da sieht man Passis Pro grad bei dem Kopfball. Okay, nix machen. Da kannst du echt nix machen. Na, mach ich. Mach ich. Junge. Ja, was denn? Ego bis zum Himmel, ey. Ja, was denn? Ich fang's mal auf Raff und der macht nen Feuillrückzieher. Easy peasy. Raff, zweiter Pfosten. Oh, da hinten. Ich kann nicht so kurz. Ja, ich kann nicht so kurz. Eigentlich gedacht, du würdest den zu mir spielen, damit du erst was Witziges siehst. Ne, da, die, die Option hab ich ganz am Anfang schon recht gestrichen aus meinem Kopf. Ja, du wolltest so still, da dachte ich wirklich, dass du den zu mir spielen würdest. Ja, komm Passi, du willst ja auch mal zu Null spielen, oder? Streng dich jetzt hier an die letzten paar Minuten. Warum vor allen Dingen auch mal? Ja, hast du halt schon mal zu Null gespielt? Ja, hast du schon mal überhaupt zu Null gespielt bei FIFA? Außer halt kriegen wir das Modus gegen Amateur. Ja. Gegen Halbprofi. Du hast nur 80 zu Null gewonnen und nicht nur 80 zu 1. War das ein Pass oder hab ich den einfach nur so übernommen? Ach. Spiel mir doch den Ball, du Arschloch. Hauptsache, Lukas kein Tor. Ich hoffe, wir kriegen jetzt noch ein Gegentor. Oh ne, ich möchte echt zu Null spielen. Ich hab dir geholfen, neben dem ich den Typen weggewichst habe. Ey, wer, irgendwer wichst, was den 16er weg, ne? Das ist nicht der Elberkrieg. Oh, das ist eine gute Idee. Dann hol ich mir doch die Gerbrote. Das ist in Ordnung. Raff, wieso, deckt einer eigentlich so verkehrt rum? Also ich... Raff ist halt auch verkehrt rum. Nein, Spaß. Hättest du jetzt gern, dass ich zu dir spiele, Fassi, ne? Ja, ist schon okay. Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Guck mal, ich hätte zu dir gespielt, weil ich ein guter Junge bin. Ja, manchmal muss ein Stürmer auch egoistisch sein. Bei einem 3-0 in der 80. Minute darf man ja mal egoistisch sein, oder? Das darf man. Robert. Ja, schön, Maschine. Ah, sorry. Habe ich mir cooler vorgestellt. Ich habe mich auch cooler vorgestellt. Boah, genau zwischen euch beiden steht ein Gegenspieler und der kriegt den Ball. Oh, der Raffi-Boy. Ja, weißt du, wir können uns einfach mal den Fuß von der Seele beutzen, oder? Du hast dich einfach daneben, das ist unfassbar. Ist es der rechte oder links Fuß? Pass. Dein Rechts. Okay. Easy. Easy win. 8-0, ey. Ganzes Geld mit mir getränkt. Shit. Also zwei würde ich noch machen. Was? Wir haben nur Trophäe? Ja, zwei würde ich noch, ne? Call, zwei würde ich noch spielen. Zwei. Wie war zwei? Die haben den Titel, die haben doch nur verloren. Ja, easy piece. Ja, wir haben auch mal gewonnen. Einmal sind die da rausgegangen. Herzen der Gegner und abstoßieren. Das könnte doch ein Kopfball von Busty sein. Wollt ihr mich auch stehend? Seid ihr bereit? Moment. Jo, jetzt passt. Ja.